Hallo Leute und Herzlich Willkommen bei Part-Time Insane, hier ist wieder euer Tag, hier ist wieder euer Tag, hier ist wieder euer Tag und willkommen zurück zu Spider-Man. Den kann ich mir so holen. Ich muss nicht immer reinspringen oder? Das hat mich noch keiner gesehen. Da muss was, Winkel? Ich habe jetzt auch Winkel gesagt. So. Spiderman ist hier, Alarmbereitschaft! Die Sache fängt an zu stinken. Wir brauchen Verstärkung. Spiderman, zeig dir mit wem das zu tun hat. Ah, haben mich gesehen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich schlag dir den Schädel ein. Angeln gut neben mir zu sevimachen. Äh, weg damit! Schnappet dich! Oh Gott, wie viele Leute. Oh, Alter. Aha, ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das waren nicht Bonus-Ziele. Ja. Ah, weg damit! Runter! Jungs, ganz locker! Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen! Das hat mir getan! Handschuhe aus! Willkommen zur Flugshow! Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man zwei Rottenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen! Sie verstecken Drogen im Beton! Das glaube ich auch. Ach, ich hab's wieder nicht. Den bekommst du! Und noch mehr! Nicht dringeln, ich kümmere mich um jeden persönlich! Was zur Hölle war das? Ach, scheiße! Muss ich jetzt mit von vorne anfangen? Bitte nicht! Ich war bei Welle 4. Nein! Es gibt Sexwellen sogar! Sexwellen! Ähm, gut. Ach, das war nicht gut. Holt ihn auf den Boden! Hältst du auch mal die Klampe? Irgendwas stimmt. Es ist Spider-Man! Okay, wir sind vorbereitet! Das gibt einen Laufe! Was machst du? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Verrückte Netze. Ouch. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man zwei Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nichts sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Oh, krank. Ja, das war schon die Idee. Ich bin gleich da, Leute. So. 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 Okay, das muss ich ihm lassen. Hier. So. Das mache ich ihm da schon wieder. So. Was war da? Das war's bad. Wo ist das nützlich? Ich habe ein komisches Gefühl. Wir holen besser ein paar Jungs hoch. Ich brauche Unterstützung. Wunderbar, zeig ihm mit wem er es zu tun hat. Nein, wohn, wohn. Wir haben ja gar nichts, aber ganz sicher. Auf ihn! Gleich wirft er damit! Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Das ist für den Bot! In der Luft treffe ich ihn nicht! Hier, für dich! Rot oder lebendig? Fisk ist sicher! Jungs, ganz locker! Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen! Spider-Man, die Wachstelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man zwei Wartenkratzen bauen könnte. Warte, nichts sagen! Sie verstecken Drogen im Beton! Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du! Oh, komm schon! Und noch mehr! Nicht drängeln! Ich kümmere mich um jeden persönlich! Du weißt, was Privat eigentlich zu sein? Au! Au! Na! Schon wieder! Pfff! 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 Wenn Sie glauben, der Boss hält im Knast die Füße still, dann kennen Sie den Boss nicht! Viele Leute sollten Ihnen gefallen, das ist sicher! wenn Sie die Bräser nicht gesehen haben, hätten Sie die Bräser nicht geblieben? Wasverrückwärts? Das war wohl auch richtig! Was wäre Ihnen geblieben! Noch nicht, dass Sie sich schon über die Leute erinnern, dass Sie sich als sie erinnern, dass Sie sich alle nicht erinnern, dass Sie sich erinnern, sind Sie dann den Boss ... Eine Typ nervt ohne Ende. Warum macht er das nicht? Ich wäre das nicht so! Weil Sie das moindig machen können! Werden wir dafür mitzudenken, was Sie machen, ein Bläser nicht zu können! Ich werde das nicht schaffen, glaube ich. Okay, das muss ich ihm lassen. Das ist ja eine feine Abzahl. Hey, ich brauche hier Hilfe. Wo ist er? Du bist erledigt. Wollt ihn runter, sonst haben wir keine Chance. Wo sind diese Idioten? Spider-Man, zeig ihm, mit wem er es zu tun hat. Das ist für den Ball. Ihr habt es ungewollt. Wie Fische in einem Fass. Schaltet ihn aus. Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Au. Schaltet ihn aus. Schaltet ihn aus. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Ja. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man zwei Rossenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Und noch mehr. Nicht drängeln. Ich kümmere mich um jeden persönlich. Ich werde dir den Speck sein, wenn ich... Ja, 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 ja. Oh, Peter. Na, da. Oh, ja, 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 ja. Oh Komm schon Oh er da Der Typ nervt ohne Ende. Warum macht er das überhaupt? Jameson meinte, er wäre ein Egoman. Er gibt Sinn. Ich habe auch ein Ego, aber ich werde dafür nicht sein, dass er mit mir schießen lässt. Jameson meinte, er wäre ein Egoman. Er gibt Sinn. Dafür schieße ich dir den Kopf weg! Da ist er gewesen. Komm schon. Und das war's. Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Runter! Ein paar Lastschritte gefällig! Und das war's. 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 Ah, ich kann mich für öfters heilen. Das hätte ich mal mitbekommen müssen. War nicht so viel, aber heilen kann ich immer. Oh, 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 oh. Der Boss lässt grüßen. Au. Au, 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 au. Auch da. Ach, schieß doch nicht. Oh, 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 au, au, au. Das war's. Oh, 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 oh. Hat was. Hier, ein Geschenk für dich. Versucht ihm den Hintern. Komm hoch und kämpf wie ein Mann. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh Gott, Leute. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Ich werde da echt die Hauptsäule weitermachen, mich nicht ablenken lassen. Und mit dem Sinn, bis morgen. Ciao. Euer Taktismo. Untertitelung des ZDF, 2020